Moin Leute, ihr fragt mich auch immer wieder mal bei meinen Auktionen oder bei meinen Guidings, du sag mal, gibt es irgendwo eine Fanggarantie oder kannst du irgendwo eine Fanggarantie aussprechen? Sowas wie eine Fanggarantie gibt es nicht, weder beim Forellenangeln noch beim normalen Angeln. Aber es gibt einige Angelteiche, die wirklich relativ einfach zu befischen sind. Und dazu gehört zum Beispiel der Angelpark Steinfeld in der Nähe von Osnabrück. Der Vorteil an dieser Anlage ist, David, der hat einen Zugang zum Quellwasser. Das leitet er dann einmal durch seine Hälterung durch und dann leitet er das Wasser dann einmal in die Teiche 1 und 2 ein. Das heißt, die Teiche bekommen sehr gutes Wasser und einmal auch die entsprechenden Fischeübersetzer dann auch. Und ich habe wirklich bisher noch nicht erlebt, wo wirklich so einfach gerade Lachsforellen zu fangen sind. Und wenn ihr weitere Videos dazu sehen wollt, schaut mal auf meinem YouTube-Kanal. Bock auf Forelle!